Zack, zack, da rein, da rein, da rein, so. Wunderbar. Das war genau das, was wir nicht wollten. Okay. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Okay. Gibt's hier auch wieder so eine endlose Höhle, ne? Ja. Okay. Also, bevor wir hier jetzt nicht mehr rauskommen, würde ich mich mal wieder nach oben arbeiten. Das war jetzt natürlich ein bisschen dämlich, dass ich da reingesprungen bin. Das war halt einfach in diesem Routine-Reflex. So. Also, hier gibt's auf jeden Fall noch eine Höhle. Wo war das Loch? Das Loch war da. So. Jetzt ist da natürlich die Frage, wie komme ich da jetzt am besten wieder hoch? Wahrscheinlich, indem ich dich abarbeite, dich abarbeite, einen hier hochgehe. Dich abarbeite, dich abarbeite und dich abarbeite. So. Warte mal. Das machen wir jetzt halt wirklich so. So. War das jetzt eine Krücke für uns? Das ist klar. Einmal nach oben, einmal nach gerade, einmal diagonal. So. So. Einmal nach oben, einmal nach gerade, einmal nach oben. So. Und dann können wir ja hier sagen, du, du und du. Du, du und du. So. Genau. So. Das war ja quasi der Versuch. Okay. Hier irgendwie durchzukommen. Wir würden jetzt auf die Treppen gehen. Also die sieben. Hoppa. 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 Jetzt gehen wir natürlich den ganzen Spaß wieder hoch. Wie gesagt, da gibt es jetzt halt neue Höhlen mit neuen Monstern und neuen Ressourcen. Hoppa. So. Ähm. Zack. Dann können wir jetzt zu dir nämlich sagen. 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ähm. Eigentlich. Zack. 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 So, kann man so sagen. Tö, 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 tö. Tö, tö. Passt. So viele Stufen werde ich schon brauchen. Also ich meine, ich bin ja ganz schön ein Stück nach unten gegangen. Insofern werde ich, naja, insofern werde ich da schon so ein paar Stufen brauchen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Bevor der schöne Rohstoff verschwindet, können wir aber eigentlich hier, müssen wir nicht zumachen. Das ist ja etwas, was wir dann auf jeden Fall wieder haben werden. So, ähm, also das an der Seite, die hier, die Ressourcen da an der Seite, die werde ich ja natürlich auf jeden Fall bekommen. Wähle ich die ja beim Wieder-nach-unten graben. Apropos. So, wir können jetzt mal ein Experiment wagen. Bin ich gespannt, ob der auch die leeren Stufen wieder auffüllt. Und ob ich überhaupt so viele Stufen noch brauche. Oh, es sieht schon ein bisschen danach aus, ne? Okay, nicht so richtig. Aber fast. Okay, dich kann man wegmachen, dich kann man wegmachen, dich kann man wegmachen. Super. Okay, dann sind wir jetzt auf jeden Fall wieder hier oben. Und theoretisch können wir jetzt quasi so, ähm, 1, 2, 3, oh, was ist denn das jetzt? Seit wann kann ich... Seit wann kann ich mit der Steinspitzhack gemies abarbeiten? Ach, okay, das ist Gold. Okay. Okay. So, jetzt können wir natürlich im Prinzip halt hier wirklich die Stufen verfeinern oder vervollständigen oder was auch immer. So, gut, aber das müssen wir jetzt auch gar nicht übertrieben bis zum Ende machen, das reicht es uns ja später. Was wir ja momentan ein bisschen wollten war, wir wollten ja diese ein bisschen mieses Zeug einsammeln. So, auf jeden Fall geht es da halt dann weiter. Und die Alternative, die wir hier jetzt noch haben, ist, wir können nach oben. So, wir haben ja jetzt auch genug von dem Gezuppe. So, das heißt, ich könnte jetzt mit Shift sagen, zack, 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 zack und zack. So, da können wir ja jetzt theoretisch Brücken bauen. Also, ich kann ja hier jetzt theoretisch eine Brücke nach da drüben bauen. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Lava baue. Okay. Okay. Aber so richtig, so richtig schnieke ist es eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt eine Idee, muss ich sagen. Ich habe jetzt eine Idee, mal abgesehen davon, wie ich da hochkomme. So, wir shiften wieder ein bisschen. Wir machen mal den da und den da und vielleicht auch den da und den da. So. Gut. Und dann machen wir hier mal so und so und dann würde ich mal hier hingehen und sagen, ähm, nee, hier hingehen und sagen, fluff, fluff, fluff. So. Dann können wir jetzt ja sagen, äh, fluff. So wollte ich das nicht. So wollte ich es auch nicht. Okay, machen wir dich nochmal weg. Machen wir dich nochmal weg. Versteht ihr, was ich machen möchte? So, es geht auf sieben. Ich gehe ein Stück zurück. Zack. 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 Genau. Zack. Zack. Und so weiter. Und dann könnte ich ja quasi hier im Prinzip, also mal abgesehen davon, dass ich jetzt hier das Mies einsammeln kann. Ähm. und das Eisen. Ich meine, wahrscheinlich werde ich das dann im Endeffekt wieder weg machen müssen. Aber ich kann jetzt halt quasi ein bisschen spezieller da oben gucken, weil ich da ja eigentlich schon hoch bin, ähm, wo diese Lava herkommt. So. Wir würden gerne wieder auf sieben gehen und hüpfen. Und dann würde ich eigentlich grad ausfallen, oder? So. Dann gehen wir hier mal auf die 6 und sagen hier fluff. Warum nehme ich eigentlich Steine? Fluff. Die Antwort ist ganz einfach. Ich hab sie. Ich hab hier massenhaft Steine. So. Kann man den Spaß hier eigentlich mal weg machen. Und den da. Und den da. Und wenn wir da eh grad dabei sind, können wir auch das weg machen. Oh. Wo? Wo? Okay. Wir gehen mal ein bisschen nach vorne. Okay. Wir gehen mal ein bisschen nach vorne. Und da können wir eigentlich fast sagen, ähm, 6. Zack. 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 Ja wunderbar. Okay, und dann wären wir hier quasi auf dem Niveau genau wie diese Lava. Ein bisschen drüber. So. Ähm, Lava-Monster, halt die Fresse. Keiner will dich hier. Zack und zack. Okay. Und dann können wir nämlich hier jetzt sagen, ich kann um diesen Dinger einmal rum so, eins, zwei, das wäre hier, du, du. Zack, 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 zack. Zack und zack. So. Haben wir es jetzt. Ah, 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 ah. 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 Ups. Und dann wollte ich eigentlich zu dir hier sagen, jo und jo. So, dann kannst du hier hin und du kannst da unten hin und dann, eigentlich kann ich nur einen nehmen. Okay. Okay. Wah.